Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OverWatch. Hier auf meinem Kanal um Glück, ihr könnt winnen, abonnieren, liken, kommentieren und aktivieren nicht vergessen. Instagram und Twitter natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, hier unten, hier unten, ganz unten. Also bitte mal folgen, damit ihr erfahrt, welche Folgen folgen. Und es ist lagfrei und das liegt daran, ich muss die allererste Runde spielen, die laggt wie Hölle, wie man in einem meiner Videos schon gesehen hat. Und wenn das vorbei ist, habe ich ein lagfreies Spiel. Wenn ich einen zweiten einwählen in irgendeinem Game, ist es lagfrei. Woran liegt das? Ist es Overwatch? Ist es mein PC? Es ist Overwatch. Ihr seht, es ist lagfrei. Ich habe zwei Runden vorher gespielt, die erste war so verleckt, so verpackt. Na ja, und dann ging es. Muss man nicht verstehen. Deswegen herzlich willkommen zu Runde 1 Overwatch. Vielleicht auch nur eine Runde, ich weiß es nicht. Oh kacke, zu früh. Ich hatte ihn ja schon. Verdammt nochmal. Da muss man sagen, eben habe ich eine ganz kurze Runde, eine andere Runde gespielt. Wurde ich auch so gegen Ende reingeworfen. Habe ich mich mal als Reinhardt probiert. Wow. Ich habe ein paar nette Kills gemacht. Der haut ja wirklich mir den Hammer zu. Das ist ja schon fast bösartig. War ja kaum zu stoppen, ey. Das war wirklich, wirklich schon sehr krankhaft. Yo, ich mache ein paar gute Kills. Oh, ich habe wenig Energie. Schnell, Energie. Danke. Oh, Heiler, Heiler, Heilerin. Yes. Ey, wir machen gute Kills. Was ist los? Nach so ein paar tausend Lackversuchen, danach eine gute Runde. Eine sehr stabile Runde. Also meine Meinung, ne? Ja, natürlich tut mich jetzt der Bogenschützblatt, Mann. Ich habe, glaube ich, aber auch ein sehr stabiles Team. Kann das sein? Natürlich, wir haben ein Bastion im Team. Das tut mir jetzt aber auch leid. Man nimmt die ja nur, wenn man nicht gewinnen will, ne? Auch wenn man den anderen nichts gönnt. Nein, kommerell hat mir mein Dings zerstört. Mein, 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 mein Mech. Ich hatte fünf Kills. Ja, hat mir beide Kills direkt genommen. Hatte ich nicht schon mal einmal mehr als fünf Kills? Egal, es geht auch hier drum, den Punkt zu halten. Weil, ihr seht ja links, die Prozentzahl, die steigt. Oh, das ist jetzt auch sehr wichtig, dass wir einfach nur den Punkt halten. Ja, 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 ja. Ich muss erst mal, danke. Hinter Bestien, hinter Bestien. Oh, ich habe einen Kill bekommen. Oh ja, ich habe meinen Mech wieder. Mech, baby. Wir haben Runde 1 gewonnen. Nice. Sehr schön. Gewinnen wir Runde 2 oder geht es in die Verlängerung? Ja, gut, jetzt so ein 1 zu 1, dann Verlängerung, 8 Minuten Video. Ah, war auch gut, oder? Ja, komm, schreibt es in die Kommentare. Auch wenn es nicht immer so klingt, ich mache die Videos extrem gerne, auch wenn ich nur so ein glitzekleiner Kanal bin. Ich hoffe, dass ich euch unterhalte damit. Ich hoffe, dass wir mal größer werden. Ich mache das wirklich, wirklich gern. Auch so, weil ich gucke selber privat gerne Gaming-Videos und bin so ein bisschen langsam von ein paar enttäuscht, nicht so negativ enttäuscht. Also die Besten sind immer noch das Freedom Squad, da sind wir ehrlich, Maxi, Fubo, saftiges Gnu, Andy the Duck, macht auch gute Gaming-Videos, wo es ja, glaube ich, eher Cosplayerin ist. Und das sind doch wirklich so Gamer. Es gibt noch ein paar mehr. Auf jeden Fall gibt es noch mehr. Aber jetzt so große, so Revinzeit, äh, ja, Revinzeit, der ist nur Reaction-Youtuber, ne? Sturmwaffel, der macht ja auch nur noch Kochen, Kochen, Kochen. Und leider habe ich die vor Jahren angefangen zu gucken und bin enttäuscht, dass sie nicht mehr das machen, was sie, also mit sie angefangen haben. Ja, wir müssen ja reifer werden, müssen uns verändern. Ja, wenn man aber auf Gaming-Contents steht und die machen das nicht mehr, dann ist das schon so. Vielleicht, weil die auch unterhaltsam waren. Und bei Revinzeit fand ich immer saugeil, wenn der sich aufgeregt hat. Da wusste ich dann, okay, das ist nicht unnormal, dass ich mich so aufrege. Der Typ ist noch schlimmer als ich. Das war dann schon irgendwie beruhigend. Sehr beruhigend, dass es noch andere gibt, die aggressiv werden beim Game. Und dass das doch bei uns Gamern normal ist. Ah, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Ne, warum erzähle ich das eigentlich? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich mache wirklich gerne die Gaming-Videos und ich hoffe, ich unterhalte euch. Und es geht mir selber so, dass ich sage, es gibt zu wenig, aus meiner Sicht, gute YouTuber noch oder große YouTuber. Und viele machen irgendwas anderes. Obwohl es natürlich immer noch genug gibt und die richtig, richtig gut sind im Game, in Unterhaltung. Und ja, es ist Freedom Squad schon so Richtung Vorbild. Auf jeden Fall. Und leider versuche ich natürlich irgendwo echt, also ich mache jedes Video. Bin ich scheiße, bin ich scheiße. Bin ich gut, bin ich gut. Es gibt leider wirklich so einen Haltungsfaktor. Ich bin auch nicht so unterhaltsam als Moderator. Ich gebe mir Mühe. Ich versuche es. Und ja, es macht mir Spaß. War das zu uns? Nein, wird nicht. Okay, 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 okay. Äh, ein bisschen Schaden nach oben richten. Keine Ahnung, was das jetzt war. Also so, ja, so wisst ihr schon mal, welche Gaming-Youtuber ich favorisiere. Und ja, es ist auf jeden Fall, äh, das Freedom Squad. Maxify, Pubu, also Ferdis. Saftige Knu gucke ich auch. Nicht alles, aber ich gucke schon gerne Jogba Mato. Weil sie macht dann auch viele Games, die so ein bisschen scheiße sind. Sagen wir es mal freundlich. Aber ja, äh, ist unterhaltsam. Sie ist sehr unterhaltsam. Sie ist auch eine gute Gamerin. Nicht schlafen, aufstehen. Oder Annie the Duck. Wow, sie ist auch gut. Und heiß. Wenn man das so sagen darf. Ein Kill, ein Kill. Dafür gebe ich meinen Mech auf, Alter. Für ein Kill. Okay, wir können den Punkt zwar sehr gut halten, aber die decken uns schon gut ein. Die kommen viel zu nahe. So viel zum Thema YouTuber schleifen. Das lassen wir jetzt mal. Nein. Nein, das sind schon die YouTuber, die ich gerne gucke. Sehr gerne gucke. Also, äh, in dem Gaming-Contents-Bereich. Und natürlich gibt es noch Reaction-Youtuber. Wir haben gewonnen. Okay, okay, okay. Wir sehen uns in Runde 2 wieder. Oh, sie haben nochmal den selben Modus und wir fangen mittendrin an. Okay. Hä? Okay, wir fangen mittendrin in den gleichen Modus an. Wir sind jetzt Blüte. Runde Nummer 2. Ich hoffe, das reicht. Also, ich hoffe, wir kriegen 3 Minuten mit der Runde hin. Dann hätte ich ein 9 Minuten Video, glaube ich. 9, 9,5, 10. Okay, cool. Scheiß drauf. Was ich sagen wollte, es gibt noch, äh, gut, es waren ja die Gaming-Youtuber, die ich wirklich gerne gucke. Das Video ist jetzt so eine Art, äh, was gefällt mir auf YouTube-Video. Äh, da gibt es ja noch die guten Reaktions-Youtuber. Da sind ja auch die, äh, vier jetzt zur Zeit, die ich gucke. Also, es hat angefangen mit Just Nero. Dann, äh, Alva Kevin und KuchenTV. Die habe ich aber erst nachher entdeckt. Und jetzt seit neuestem ist es, oh, jetzt muss ich ihn richtig aussprechen. Baku. Baku. Auch sehr unterhaltsam. Also, weißt du, unterhaltsam ist es? Ja, sehr unterhaltsam. Der kann sich gut ausdrücken und es macht Spaß, ihm zuzuhören. Und er macht das auch richtig gut. Und das sind so meine vier Lieblings-Reaktion-Youtuber. Ich bin gefroren. Äh, das sind so unter anderem Sachen, die ich auf YouTube gerne gucke. Und ja, auch der Grund, warum ich mir selber mit YouTube angefangen habe. Auch wenn ich noch blitzeklein bin, 24 Abonnenten und wen ich aufrufe. Aber hey, ich feiere es und ich mache auch weiter. Es ist zur Zeit auch sehr entspannt nach der Arbeit das zu machen. Äh, da komme ich ein bisschen von der Arbeit runter, meine Videos aufzunehmen, irgendeinen Scheiß zu labern. Jetzt erzähle ich mir einfach, was ich gerne auf YouTube gucke. Und, ja. Haben schon, wer ist besser? Bridget oder Bridget? Nein, jetzt Brigitte. Ja, ich bin die bessere Brigitte. Na toll, ich wurde wieder geflohnt. Danke, Morph. Kommt schon, helft mir. Kommt, wo ist mein Team? Haben schon. Ah, nein. Wo ist denn mein Team? Na, ich glaube, so lange können wir die Runde nicht drehen. Ah, wohl doch. Noch sind wir am Anfang. Alles cool. Ist zwar mitten drin, aber egal. Komm, schauen wir mal. Das ist ein Video. Video länger reicht. Zurück auf Anfang. Wie gesagt, ich lege es auf nichts Großes an. Ich mache die Aufnahme an. Ich mache, ich zocke und wenn es gut ist, ist es gut. Wenn es scheiße ist, ist es scheiße. Ich bin kein Bro-Gamer. Es geht wirklich um den Unterhaltungsfaktor. Mehr so Richtung der große Paluten. Der macht ja auch viele Games, wo er einfach nur Mist ist. Aber egal. Okay, genug geschleimt mit großen YouTuber-Namen. Keine Sorge, es wird in keinem Text und keiner Beschreibung, wenn die Namen auftauchen. Es ist wirklich nur ein Video. Weil es einfach darum geht, dass, wenn ihr mich guckt, dass ihr wisst, was ich gerne gucke. Und auch, warum ich damit angefangen habe. Was zu... Ah, scheiße. Die Vorbilder sind... Ich bin tot. Scheiße. Ja, das ist mein Lieblings-Reaction-Youtuber, den ich aufgezählt habe. Und das ist mein Lieblings-Gaming-Youtuber. Und... Ja, es gibt noch so ein, zwei andere Sachen, die ich gucke. Aber es ist doch zu 90% Gaming und Reaction-Youtuber. Reaction-Youtuber und Gaming, was ich gucke so. Das ist hauptsächlich Gaming und dann die Reaction-Youtuber. Wir verlieren. Scheiße. Kommt schon. Kommt schon. Wir müssen noch ein bisschen gegenhalten. Komm, das war zu leicht. Komm, wir halten uns gegen. Wir halten den Points. Kommt schon, Kinder. Kommt alle her. Wir müssen noch ein bisschen Zeit gut machen. Kommt. Wir können nicht gewinnen. Nicht die Runde. Obwohl, vielleicht doch. Oh, da ist noch ein gutes, langes Video. Wenn wir jetzt die Runde gewinnen, dann kommt noch mal eine Runde. Dann könnte ich doch noch mal 15, 16-Minuten-Video rauskloppen. Ich weiß, es kommt nicht so gut an, aber... Wo ist denn? Ah, ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Aber wir versuchen. Nein! Oh, geil. Ich kann mein Schild nicht aktivieren. Ich weiß nicht, wo ich hinschieße. Ich sehe kein Ziel. Ja, ja, ich versuche mich als Heiler und ich hau gegen Eisglotzi. Ja, oh. Okay, wir konnten den Punkt nur 5 Sekunden halten, aber... Oh, gut. Wir haben auf zu 41%. Von 0 auf zu 41%. Hallo, wenn wir verlieren, verlieren wir mit wehenden fahren. Und hey, meine Videolänge habe ich. Ohne zu cutten. 11 bis 12 Minuten. Hallo, das geht doch. Ich glaube mal 12,5 bis 13 Minuten. Wir haben es versucht. Hey, wir haben gut umkämpft. Der Gegner gewinnt. Er hat es verdient. Die sind auf jeden Fall besser als wir. Und danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen guten Morgen, wenn ihr noch besser habt. Ich bin hier mit raus. Peace. Ich bin hier mit raus.